so hallo und herzlich willkommen zurück zum let's play von wildes leben minecraft modpack let's play ja wir haben ein weizen müssen noch ein zweites weizen irgendwo haben wir zwei gefällt ich wollte eigentlich jetzt mit dem custom embassy anfangen ich werde einfach die berufe irgendwo hinsetzen und ihr dürft gerne dann sagen wenn ihr es gerne sein wollt ah die du raccoon nicht alle töten ach komm töten wir es weil raccoons sind böse diebe da foxes auch so aber ein leder oder so ein pelz fuhr ja pelz ist es ähm weil wir ja jetzt viel mehr feinde haben kann es schon sein dass irgendwas jetzt weg geschnappt wird deshalb müssen wir schauen jetzt wissen wir wenigstens welche es sind ja hühner vielleicht dann mit eier züchten und sie dann besser schützen irgendwie ein paar sachen habe ich schon deaktiviert ich müsste vielleicht die auch noch deaktivieren ist das ein bisschen schade aber wenn die dann alles weg schnappen weil sie irgendwo in der wagen im gehege ähm spawnen das ist nicht so gut sonst muss ich die hühner unter ehrlich machen bzw hier im berg halten ja sollen wir jetzt gerade machen ich denke ich mache vielleicht schon mal eine hütte irgendwo wir könnten doch vielleicht finden und da noch ein bisschen holen kohlensäure im hals ist auch nicht so nett also ich werde viele berufe machen und ihr dürft dann gerne nachs ding ich werde sie natürlich herumlaufen lassen dann probieren wenn ich mehr werkzeuge habe von customer mc wir haben selber wilde also wildschweine hier im real life viele und die greifen niemals an ich bin immer viel am wandern und joggen und so und finde viele ahahaha wenn man sie schnell zweimal trifft dann können sie nicht noch sich ein bisschen durch arbeiten zu uns und uns treffen aber wir müssen maximum reichweite ausnutzen ja also wir sehen oh da hat es ein paar bambus stangen ich finde die immer so schön zum hinpflanzen so gehen wir mal in diese richtung vielleicht finden wir ein dorf hier haben wir schon mal eine wabe für fäustre können wir auch mal züchten verbinden so kommen sie runter nehmen nicht alle mit die müssen auch hier bleiben hier schön ähm sein ganz viele löwen heftigst ja 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 also in dieser richtung eh nicht he ein schwarzer panther ok muss ich doch beim löwen durch zwei löwen ok seht ihr da trifft er noch weil wir noch nicht so schnell wieder schlagen können da äh da ist ein löwen tiger löwen zwei da haben wir eine ente ja jetzt bin ich gerade am denken welchen busch wir denn nehmen sollen ja leider kein dorf in sicht also nochmal löwen also nochmal löwen hm ich bin ein bisschen viel am schauen jetzt aber ich sehe wirklich nicht so viel kann ich jetzt gerade nicht so sagen ob wir so bische finden die einen wären diese ja baumwollknöllchen und das andere was haben wir noch gesagt wollen wir ähm ja mir fällt das gar nicht ein ah ja tropische gärten weil es dort ananas gibt können wir gut etwas machen und kokosnüsse und so sachen also die wachsen irgendwie nicht aus den palmen die wachsen aus bisschen hm bär nicht zu nah ja ich müsste den rucksack da nach haus laden oder einen anderen herstellen es ist wirklich nichts hier oh komm der war an heftigste viel zu spät gesehen oh nein ein tiger vielleicht so ein gras mitnehmen ja da haben wir recht viel aber es sind immer raubtiere die spawnen heftigst da kommt man angst schweine endlich mal schweine bringen aber nicht so viel aber hier kann man richtig viel bauen müssen einfach schauen dass die wilden tieren nicht in der stadt sind oder in der burg oder sonst irgendwas tja ja also hier haben wir noch einen ausblick keine wilden tiere ja also gehen wir außen rum hier haben wir ein ödland das ist jetzt nicht gerade so schön büsche sehr gut sind jetzt zwar nicht gerade gute essen aber immerhin etwas zum ausstehen und dekorieren noch so hm da haben wir gerade nicht also im ödland ist sicher kein dorf ja machen wir da nehmen wir ein paar bären mit die wachsen immerhin schnell hm oh eine schlange da haben wir da haben wir wölfe hm so zurück und wenns bald nacht ah da haben wir bammu wenns nacht wird müssen wir wieder in die farmwelt fliehen das ist schon das ist schon nicht gerade so toll ja es wird wir kommen nach hause kommen können auch ein bisschen rennen so wir müssen nämlich die gleich mal anpflanzen und schauen dass wir einen emsie machen können am garten weil wir können schon einen cloder machen unseren emsies hä so ähm ein panther kleiner ein kleiner süßer panther nur blaue na gut ein bär ein wollerfuchs ja es wird nacht hm wird so gefährlich boah blöder rückweg also gehen wir in die farmwelt ich mach aber game mode an aha entschieden nein lieber nicht farmwelt und da können wir wieder reingraben so ja volles inventar das wird gefährlich jetzt wollte ich es doch gerade noch ausmachen so wir gehen runter zum stollen und stripminen ein bisschen machen aber eine kiste dort so genau hier stripminen wir dann und zwar machen wir machen wir mal eine kiste wo wir solut rein tun ja Hühnchen könnte ich braten ja Bambus Kerne schwarze Hühnchen als Weizen so einfach mal stripminen dann ein bisschen runter gehen hä nochmal so eins tiefer beziehungsweise eine höhere Ehe so an der Seite ah die Spitzhockey geht weg die geht bald K.O. hmm hier bleibt uns nicht so viel übrig hier zu machen außen außen ja wir machen einfach Steine wir müssen Eisen finden also Stein haben wir und das sieht ja geht ich habe schon gewundert ja ist aber underground biomes construct und nicht hat Add Futurum was einfach die nachfolgenden Patches die Sachen rein bringt hä so wo sind wir jetzt elf ok noch ein bisschen tiefer Bench dann können wir ja nicht abbauen habe ich auch ausprobiert sonst lassen wir auch liegen hä acht genau hier wollte ich so was finden wir Erde keine Schaufel leider hm wir könnten auch eine Schaufel machen und so ähm können wir eigentlich noch die verschiedenen Erze die wir auch dringend brauchen also Eisen vor allem besorgen bis es Tag ist aber das sieht man ja nicht leider Kohle ja muss man ein bisschen am Anfang nehmen ja ja bisschen schade das alles nicht so äh vor die Augen kommt also ich hätte gerne ein Dorf gehabt mehr essen aber habe da auch ein bisschen zu viel erkundet und ich will ja die die Gate nicht gerade gleich verschandeln also deshalb nicht noch runter graben also das Bett ja muss ich das nächste Mal halt auch mitnehmen oder ein zweites Bett nehmen so jetzt geht es alles wieder ein bisschen schneller indem wir hier nochmal eine Werkbank hin machen und einen Ofen so nein ja wo bist du jetzt? so so also können wir die Kohle gleich nutzen und nochmal ein bisschen abbauen dann so 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 ist einfach weg ist einfach weg wo bist du jetzt? so blöde Stein also also eine neue Spitzhocke machen aus Eisen wunderbar so Axt rein wunderbar Granit ist auch nicht so stark weiß ja nichts gewesen ja ich habe jetzt das Bein gehoben und das Kabel berührt dann habe ich die Maus verloren die Maus nach hinten glitten ja wir haben kein Wasser nicht gerade gut vorbereitet hier aber ähm wir können trotzdem mal schauen und es mit Steinen mal ein bisschen weg machen ich muss höher so sehr gut ja sehr gut haben wir Diamanten ja zu schnell ich sehe ja zu schnell ich sehe aber leider nicht das was ich genau will ja sind nicht hier die Spinnen hm also Eisnerz das ist gut also wir können uns ein bisschen besser schützen so noch mehr ah eine Spinnen noch eine Spinnen ja trifft mich genau ja da ist noch noch mal wieder ein Stollen tschoo ja ich freue mich schon auf die einzelnen Bauten die werden so schön dekriert sein können dass wir ähm da gerne wohnen gold da oben können wir gleich Spinnen ah ist nicht so toll so viele Spinnen oh Gott könnte es sein dass das ein Spawner dort ist das ist ein Spawner also mit Steinen vor muss das gerade so ein Zehrstein sein wo kommen denn die Kleinen her und wieder haben sie eine gute Karriere das ist ja Wahnsinn und irgendwo wo ich nicht bestehe kommen die plötzlich her so wenn hier etwas Essen drin ist dann bin ich froh aber es gibt glaube ich kein Essen also die Chance Essen zu finden ist wahrscheinlich gegen Null oh ist das eine rote Tür oder was ist das ja wieviel kommen jetzt schon wieder sofort raus das ist manchmal richtig gemein das ist manchmal richtig gemein hallo ich will nicht explode lernen so habe ich keine Fackeln ja muss mir mehr machen vorher schon ja eine Timantzahne ok ok noch eine hallo ich will auch einfach alles ja ja Kies oder Undersit Booping Steep ja Angriffsschaden 9500 muss ich mitnehmen natürlich kommt ich bin in den Augen Namenschild Pfeffer Magical Core so Verbrennung das ist doch toll ja mache ich das halt so also das haben wir jetzt gefunden gut sehr schön doch viel entspannter so zu ähm Graben kommen wir schon mal weiter aber ich gehe jetzt lieber zurück und hoffe dass es Tag ist jetzt nämlich nach oben kommen und dazu müssen wir hier entlang so ja super ähm das Eisen noch mitnehmen bitte wunderbar läuft gut wenn wir jetzt das alles aushalten sowas möchte ich gerne mitnehmen noch nichts lieber nach oben gehen und schauen dass es Tag ist ne es ist immer noch Nacht doch ist Tag doch ist Tag sah eben so dunkel aus weil wir ja ja nichts gesehen haben weil es so hier ist wieder das Spawn also wieder hier hin zum Spawn gehen und ich denke ja auch mal unten ein Ding machen wo wir hin können damit wir nicht immer vom Berg runter gehen müssen damit wir nicht immer vom Berg runter gehen müssen so dort ist es zu sehen äh wird es schon wieder Nacht nein das ist eigentlich irgendwie biogen mäßig ja hier ist schon wieder Tag ah eine Grille haben wir auch gesehen so wunderbar also wir müssen unbedingt wichtige Sachen anpflanzen zuerst weil wir mit Bären machen können so und ja anders sieht mal rein damit wir ein Squisher haben so wunderbar die müssen wir anpflanzen Bluebell müssen wir anpflanzen anders sieht mal rein tun Namensspiel Eisenerz rohes Hühnchen allein ist halt auch nicht so so Steinachst dafür für neue machen wunderbar Sticks machen so und zwar eben eine Axt und eine Schaufel so und gleich noch mehr Eisen rein tun so hier haben wir nochmal Gizal das Baumwolle sagen wir mal Gizal sieht so 2 wunderbar ok machen wir äh es geht nicht ah mit Brot stimmt ja voller Erwartungen jetzt leider noch nicht Pfeffer machen wir noch Pfeffer machen wir noch also Pfeffer ah die Kerne habe ich reingetan so und und ja jetzt haben wir den Stein hier können wir das reinlegen der Stein ich brauche eine Platte und ich brauche nochmal Stein oder so ja so herum ist es gewesen Saftpfeffer einfach mal rein tun und ähm ja mit diesen Bären können wir Saft können Saft machen einfach mal hier hinstellen ja wunderbar so da kommt hoffentlich auch in nächster Zeit etwas ein Boot können wir machen aber zuerst natürlich ums Essen kümmern ja ich seh jetzt vielleicht nicht gerade viel hm das ist ja nur so eine Sache mit der Zeit die die wachsen zum wachsen brauchen also ich tue lieber noch mehr Karotten anpflanzen und jetzt noch nicht essen und zwar müssen wir jetzt einfach warten still also schauen dass wir eben schlafen und ja zwei Eier wie soll ich denn das machen ich will ja nicht komm wir machen ein kleines Häuschen wo wir die Eier reinwerfen also hm hier zum Beispiel und zwar recht viel halt eins zwei drei vier eins zwei drei vier fünf so genau dass wir noch von oben runter kommen sehen so und ja dann leiten brauchen äh machen wir noch eins höher damit wirklich kein Schaf noch reinkommt und sie einfach mal reinwerfen dann wenn wir sie auch haben so tja dann können wir vielleicht Hühner schlachten irgendwann mal die dem ganz viel essen geben so hier haben wir neue können wir ein Brot machen ein Brot brauchen wir noch dann können wir wieder ein bisschen weg etwas anderes machen lieber den Steinmeni die wir schon sehr viel haben dafür nutzen ach ja also Eier rein einfach mal hoffen dass ein Huhn rauskommt und ja ein Huhn kommt raus so und Leitern machen genau Leitern so schlafen bald schlafen und dann haben wir wieder einen Part eben zwei Parts per Tag werde ich schaffen ich bin froh über diese Axt Spitzhacke, Axt, Schaufel und keine Axt Spitzhacke und Schaufel hm wunderbar ja Spinnenspawner können wir ein bisschen Ding finden Schnüre und Spinnenaugen also wir machen das so wir machen den weg hier machen hier rauf und hier wieder runter so dann können wir die Hühner auch von den Eiern befreien damit sie nicht ersticken oh eine Libelle Dragonfly ah ja ja wunderbar also es läuft es läuft und läuft und wir kommen nicht voran außer mit den also also eigentlich Essen bekommen ich will nicht verhungern und dann können wir auch bauen also wir kommen voran aber schleppen so ein Ding brauche ich noch für einen NPC und wenn wir dann zurückkehren ist da dann plötzlich ähm ja alles ausgewachsen hier hat er gute Arbeit gemacht der Gärtner oder der Landwirt tschüss bis zum nächsten Mal